Welche neuen Konstruktions- und Produktionskonzepte ermöglichen einen effektiven, wirtschaftlich machbaren, flexiblen und nachhaltigen Karosserie-Leichtbau? Diese Frage steht im Mittelpunkt der jährlichen Automotive Circle International Fachkonferenz Strategien des Karosseriebaus, die jeweils in der zweiten Märzhälfte ein globales Netzwerk von Automobilingenieuren in Bad Nauheim zusammenführt. In Zusammenarbeit mit führenden Experten der wichtigsten internationalen OEM, Marken und Konzerne stellt die Konferenz den aktuell erreichten Stand und wichtige strategische Trends des Serien-Karosseriebaus vor mit aktuellen Fortschrittsberichten der OEM-Entwickler, mit der Präsentation neuester Konzepte wichtiger Systemzulieferer sowie mit der Vorstellung industriell relevanter Studienergebnisse maßgeblicher Forschungsinstitutionen. Wesentliches Highlight der Konferenz sind dabei stets eine Reihe von Hands-on-Karosserie-Präsentationen neuester Serienfahrzeuge verschiedenster Segmente, die während der Konferenz vorgestellt, diskutiert und ausgestellt werden und frei inspiziert werden können und die Ihnen einen direkten und konkreten Eindruck von konstruktiven Lösungen des heutigen Karosserie-Leichtbaus vermitteln. Die Ausstellung der zugehörigen Vollfahrzeuge kompletiert diesen Eindruck. Diese Kombination anfassbarer Karosserie-Leichtbaulösungen mit hochkarätigen Fachvortragsinhalten und intensiven Experten-Diskussionen vor Ort macht Strategien des Karosseriebaus zu einem der wichtigsten jährlichen Fixpunkte des Automotive Circle International Jahres. Diese Art von Konferenz ist für Renault allgemein, wie auch für mich selbst, sehr interessant, weil sie es ermöglicht, einen globalen Überblick über alle Entwicklungen unserer Wettbewerber zu bekommen. Sie ist darüber hinaus eine Gelegenheit, sich über technologische Möglichkeiten mit Kollegen auszutauschen und zu sehen, was unsere Zulieferer für die Karosserien der Zukunft anbieten können, in Europa und weltweit. Beiträge zu hören, die sowohl von OEMs sind, sowohl von Lieferanten sind, als auch insbesondere für mich auch interessant und besonders von Hochschulen oder hochschulennahen Institutionen. Das ist eine gute Mischung, die macht Spaß, die deckt eine Menge unterschiedlicher Aspekte ab, von großen, tatsächlich strategischen Ansätzen bis zu konkreten Material- oder Joining-Themen, so wie wir das diese Woche auch hatten oder in den beiden Tagen hatten. Und das ist immer eine gute Gelegenheit. Also der Wert dieser Veranstaltung für uns ist ganz klar in dem Publikum und in den Vorträgen natürlich, die hier stattfinden. Die Besucher setzen sich zusammen aus den OEMs sowohl in Europa als auch aus Übersee. Daneben sind aber eben auch potenzielle andere Kunden, seien es jetzt Tier Ones oder auch Marktbegleiter von uns hier und eigentlich in dieser Mischung nur hier. Also die findet man in dieser Konzentration und Zusammensetzung nirgendwo anders. Notieren Sie deshalb das Datum der nächsten Konferenz Strategien des Karosseriebaus in Bad Nauheim. Der Automotive Circle International freut sich auf Ihre Teilnahme.